Wow, da brenne ich wie eine Fackel, wenn ich das sehe, Freunde. Das ist doch geil, oder? Waren Sie dabei? Waren Sie dabei? Waren Sie einer der Glücklichen? Ich glaube, über 600 Menschen, knapp 700 Menschen haben die Halle gecrasht. Es war großartig. Und deswegen kommen wir jetzt zu dieser sensationellen Produktpremiere, die vorgestern in Niedernhausen mit einer spektakulären Aufführung eingeführt wurde. Und schon wenige Stunden nach der Einführung, da kamen die ersten Feedbacks. Und glauben Sie mir, die waren wirklich unglaublich. Godess schafft das, was viele Kosmetikhersteller lediglich versprechen. Ja, ich sage es immer wieder falsch, ne? Ist ja völlig egal. Ich bin ja nicht hier für die richtige Aussprache. Aber ich gebe mir trotzdem Mühe, Matthias. Godess schafft das, was eben viele Kosmetikhersteller lediglich versprechen. Wenn man Wunder als unglaubliche Phänomene definiert, die einfach nicht zu erklären sind, dann ist Godess, also Göttin, wirklich der perfekte Name für unsere Hautpflegekollektion. Ja, ich bin irgendwie so ein Bauer, was so Namen angeht. Aber ich werde das noch lernen. Basierend auf, ich kriege nämlich hier gerade eine Korrektur aufs Ohr, ist aber alles richtig. So, also basierend, und das möchte ich sagen, auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Anti-Aging-Forschung, wir reden hier vom Besten, was es gibt, sind bahnbrechende und noble Formen mit den wertvollsten und luxuriösesten Inhaltsstoffen entstanden. Die exzellente Sinfonie der Natur erheben jedes einzelne Produkt zu einer Kunstform für eine Verschmelzung von unglaublicher Wirkung und magischen Erlebnissen. Godess Skin Secrets ist die sinnliche Begegnung, die ihrer Haut neue Impulse in der tiefenwirksamen maximalen Hautpflege gibt. Exklusive Natursubstanzen wie beispielsweise Arganöl, hydrolysiertes Kollagen und Hyaluron befeuchten ihre Haut und füllen den Feuchtigkeitsgehalt wieder auf. Und gleichzeitig scheinen sich diese geschädigten Hautpartien zu erholen, Poren verkleinern sich und feine Linien verblassen. All das passiert beim Auftragen dieses fantastischen Produkts. Festigkeit und Widerstandsfähigkeit werden in kurzer Zeit wiederhergestellt, weil oftmals ist ja auch das das Problem, dass die Haut eben nicht mehr fest ist, nicht mehr widerstandsfähig ist. Und das sieht man der Haut auch an. Und diese Kraft, all das geht wieder ein in die Haut durch eben das Auftragen dieses wunderbaren Produktes Godess Skin Secrets. Das ist unfassbar revolutionär, was wir hier haben. Und zudem werden Alterungsprozesse, die durch Inflammationen, also diese kleinen Entzündungen in der Haut entstehen, wirkungsvoll durch das bahnbrechende CBD und das gesamte Spektrum an weiteren Cannabinoiden aus der Cannabispflanze zuverlässig bekämpft. Die Wirkung übertrifft alles, was bisher für möglich gehalten wurde. In Verbindung mit Blütenwasser verschwinden sogar Rötungen und Hautverfärbungen wie von Zauberhand. Die zart schmelzende Emulsion von Skin Secret sorgt für eine schnelle und komplette Absorbierung auf der Haut. Es ist fantastisch konzipiert. Schon nach dem ersten Auftragen werden sie eine charismatische, fesselnde und lebendige Ausstrahlung ihrer Haut feststellen. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal live ins Internet und schauen uns mal ganz kurz an, was die Anwender schon nach wenigen Stunden, nachdem sie das Produkt erworben haben, uns da haben, an Feedbacks zukommen lassen. Die Ulrike, die schreibt zum Beispiel, ich bin begeistert. Schon nach dem ersten Auftragen wirkt die Haut glatter und ebenmäßiger. Zudem hat die Creme eine sehr zarte Konsistenz, ist sehr ergiebig und hinterlässt keinen fettigen oder glänzenden Effekt. Daher auch ideal unter Make-up zu verwenden. Die Irena schreibt, schauen Sie mal auf die Daten, das ist von heute alles. Das ist alles jetzt nie gelagert reingekommen. Wie gesagt, das Produkt gibt es seit zwei Tagen. Das ist gerade mal 48 Stunden auf dem Markt und schon jetzt so viele Kritiken. Die Irena, ist es, Entschuldigung, die Irena, die schreibt, ich bin so glücklich, dass es endlich ein Produkt für mich gibt. Bei nur dreimal Anwenden sind meine Rötungen kaum mehr zu sehen. Ich habe so eine Art Allergie, wenn ich bestimmte Lebensmittel esse, dann dauert es viel zu lange, bis der Ausschlag weg ist. Mit Godess Skin Secret scheint es blitzschnell zu heilen. Ich sende gerne meine Fotos zu, weil es einfach unglaublich ist, was diese Creme kann. Danke, Natura Vitalis. Vielleicht können wir die Fotos auch nochmal irgendwann einblenden. Die Yvonne schreibt, das möchte ich nochmal ganz kurz vorlesen, Ich kann es nicht glauben, einmal auftragen und meine großen Poren sind viel kleiner geworden. Ja, das Problem werden viele kennen. Die Haut, die fühlt sich so angenehm weich und frisch an. Ich habe endlich das ultimative Produkt für mein Gesicht gefunden. Und die Melanie und wer auch immer. Also es ist fantastisch, was uns da alles erreicht an Feedbacks. Feedbacks, wohlgemerkt 48 Stunden nach Präsentation dieses Produktes. Vorher gab es das ja gar nicht auf dem Markt. Godess ist revolutionär auf dem Markt unterwegs. Alles bisher da gewesen. In Bereich Skin. Das wird hier wirklich mal auf ein neues Level gehoben. Das ist die neue Benchmark auf dem Hautpflegeprodukt Level. In diesem Bereich der Hautpflegeprodukte. Das ist wirklich eine neue Klasse. Regelmäßig angewendet ist das Ergebnis eine umwerfende göttliche Ausstrahlung, die weit über den normalen Begriff von Schonheit und Wohlbefinden, ist ja sehr weit gefächert, die sich beide, hinausgeht. Das ist wirklich eine neue Kategorie. Und so schaut es aus. Können wir mal ganz kurz reinschwenken mit Kamera 2. Hier, der Holzdeckel. Schauen Sie gerne mal rein. Und ich nehme jetzt ein ganz bisschen hier von der Creme hier vom Rand. Wunderbar. Und ich trage das hier mal auf dem Handrücken auf, wenn ihr mal dazu kommt mit der Kamera, Freunde. Und ich zeige Ihnen mal hier folgendes. Man benötigt ganz, ganz wenig von dieser Creme. Und die Creme wird von der Haut wunderbar absorbiert. Goudes Skin Secret ist nach GMP-Standards produziert worden. Bedeutet, was heißt GMP, wissen Sie es? Ohne Gentechnik, ohne Parabene und selbstverständlich ohne Tierversuche. Und das sind nicht nur die besten Kriterien, sondern der Preis ist auch the best. Der Preis ist einmalig. Auf dem freien Markt würden Sie für die Wirkung von Goudes Skin Secrets locker 400 bis 500 Euro zahlen müssen. Locker. Aber Achtung, dieser sensationelle Einführungspreis, der gilt nur für kurze Zeit. Und also greifen Sie jetzt zu. Erleben Sie jetzt selber mal, was mit Ihrer Haut passiert. Übrigens, auch Männer haben Haut und können Goudes Skin Secrets selbstverständlich ebenfalls nutzen. Ist ja oftmals ein Frauenthema, aber hier sage ich auch ganz klar, Männer, greift dazu. Es wird auch Eure Haut gut tun. Ja, Sie werden begeistert sein. Fantastische Geschichte. Goudes Skin Secrets 50 Milliliter. High-End-Kosmetik der Extraklasse.